Ich geh mal eben den Ding hinterher. Das ist das einzige, was uns gerade irgendwie noch fehlt. So eine komische Krabbe. Scheint irgendwo unten zu sein. Ist mein Pass noch hier? Was hab ich befürchtet? Ja, toll. Ich weiß nicht, was ich mit der Krabbe machen muss, soll, tun. Kann, muss, soll. Ja, Leute, sorry. Ich bin noch nicht genug in dieses Spiel eingearbeitet, als dass ich wüsste, was ich jetzt schon tun soll. Okay. 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 Jetzt komm ich da hoch. Okay. Jetzt komm ich da hoch. Okay. Und dann noch ein paar Münzen. Okay. Okay. Da hat kein Schwein. Wie? Ja. Wie? ich will nicht dass der Wettbewerb ist nein kann nicht sein ah dadurch hat sich das geerbt war gut wunderbar ich weiß nicht wie ich es gemacht habe aber ich glaube irgendwas hat es auch jetzt aktiviert und dadurch kriegen wir immer noch nicht ah ich hätte bevor ich da reingegangen bin hätte ich da mit dem oh ich bin so doof ja ich weiß wie ich da hinkomme aber ich habe es schon versaut weil ich mit dem fast schon da reingefahren bin aber ich glaube egal vielleicht habe ich das glück hier jetzt nochmal so eine kiste zu finden ok wie auch immer entschuldigung ich vergolde hier gerade eure zeit und meine auch ich auch noch ein paar minzen ich auch noch ein paar minzen ich auch noch ein paar minzen ja mal gucken ob wir die Krab irgendwie befreien können ja 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 das ist ziemlich lustigerweise nicht wie ich die ne keine ahnung wie ich die befreien soll Ochgott mir fehlen nur noch so wenig Münzen Leute das kann ich euren anscheinend auch schon noch eine das verarscht mich nicht eine beschissene münze das kann nicht sein scheiße ein paar neue münze haben macht mich nicht kirre jetzt hier ah verdammt eine aufnahme da waren es geschafft wahre piraten auch geht doch okay wunderbar erst der immerhin schon eine befriedigung bekommen aber moment mal in diesem level sollten jetzt zehn links versteckt sein also zehn mini also piraten kids mini kids dinger da oder ist das level ist noch gar nicht vorbei doch eigentlich ist es vorbei und ich habe glaube ich drei zwei gefunden und drei gesehen oder vier gesehen also vier wüsste ich ruhig jahre die intersepte Oh, Arms. Und damit haben wir den in ein Schiff geklaut und sind auf dem Weg. Port Royal, Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet, yeah. So, aber Leute, nach 40 Minuten haben wir das erste Level fertig. Oh Gott, was soll das nur werden? Mr. Brown. Will Turner. Wachhund. Cap Jack Sparrow. Sparer Piraten zu 100% natürlich. Ich hab mich ja extra, noch irgendwo hab ich die letzte Scheiße noch gesucht. Schatz. Ja, 100 irgendwas, ne? Ja, genau. Wunderbar. Nur 2 von 10, ja, ist halt so, goldene Steine. Kriegen wir ein wegen Level abgeschlossen und ein wegen, warum, ja, was? Was? Hinweise, Geschichteforte zurück zum Hafen. Ja, wir wollen uns den Hafen mal anschauen. Jetzt speichert er nämlich gerade, ach wunderbar, 14 Minuten und das erste Mal speichern. Also das ist echt, äh, könnte ein Problem darstellen. Was ist das denn für ne coole Mini-Animation? Interessanter Ladebildschirm. Captain Barbossa, Hulk, Jack Sparrow. Bis jetzt, muss ich sagen, das Spiel ist echt cool gemacht. Aber es wird, glaub ich, auch einige Nerven kosten und außerdem, ähm, oah, wie gesagt, das mit dem Speichern, das weiß ich noch nicht, wie ich das Handhaben soll. Ob der, ob der wirklich echt nur dann speichert, pff, das ist schwer. Das ist echt schwer, weil da muss ich echt immer, wenn ich das Spiel aufnehmen will, wirklich Zeit haben. Kann ich nicht nach 10 Minuten sagen, so, bin weg. Sondern, hier, erstes Level, 14 Minuten. Ja, okay, war auch erstes Level, ich konnte noch gar nichts. Aber naja, egal. Wir werden uns weiterhin überraschen lassen. Wie gesagt, die Ladezeit ist auch, ähm, wirklich dem Spiel seinen Wert, also, äh, das, äh, ist auch, äh, das Spiel hat ein paar Grafik-Sachen und das Spiel braucht dafür auch die Ladezeit. Das ist schon deutlich zu erkennen. So, wir sind sowas ähnlich wie in Mosle, Eisle-Kantina, man nennt das einfach nur Piratenhafen. Und da sehen wir auch schon. Sie ist Film 1. Oh, es gibt nur 5 Kapitel, okay. Also, es gibt, äh, in Level 1. Tortuga. 3 Kapitel 4 Kapitel, okay. Das hier ist 1. Was ist das hier? Oh, es hat mir einen goldenen Schein. Äh, weiter geht's. Oh, jetzt ruck jetzt gerade ein bisschen. Hab da, da lass es. Noch zu ruckeln. Haha, da freue ich mich schon drauf. Ähm, Film 2. Okay. Okay. Film Nummer 3. Über 5 Level, okay. Das ist gut zu wissen. Was ist das hier? Film 4. Den ich überhaupt nicht kenne. Den Film hab ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich mir den angucke, bevor ich das Spiel spiele. Also, bevor ich das, äh, im 4. Level bin, glaube ich, werde ich mir den Film doch dann anklauen. Mal schauen. Können wir sehen. Wie auch immer. Das war's erstmal. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Hedi.